Zum morgendlichen Kollegen-Gespräch Bonjour Berlin begrüße ich Karl Dömenz, der für die Frankfurter Rundschau aus der Hauptstadt berichtet. Guten Morgen. Morgen, Herr Stelter. Sechs Milliarden nimmt die Bundesregierung in die Hand, um die Flüchtlingssituation auch bei Bund und Ländern und den Gemeinden zu entspannen. Ist das ein Wort? Ja, das ist eine kräftige Summe. Im Vorfeld war ja schon spekuliert worden, dass die eine Milliarde, die der Bund bislang den Kommunen zur Verfügung stellen wollte, auf jeden Fall nicht ausreichen würde. Nun kommen drei Milliarden dazu. Auf der anderen Seite sind es drei Milliarden, die der Bund direkt braucht, unter anderem für Integrationskosten und auch für Kosten von Sozialsystemen, also von Hartz IV und von Sozialhilfe, für die Flüchtlinge, die eben anerkannt sind als Asylbewerber, aber noch keinen Job finden. Das ist, wenn man es mal vergleichen will, ungefähr so viel, wie der Finanzminister in diesem Jahr als Überschuss in seinem Haushalt erwartet. Das heißt, das ist eine beträchtliche Summe, die im Moment da ist, aber man muss ja sehen, die fällt natürlich in den nächsten Jahren im Zweifelsfall sogar steigernd weiter an. Immerhin ist große Einigkeit in der Koalitionsrunde wohl tatsächlich gewesen, denn es gibt keinen richtigen Verlierer. Jeder hat so das bekommen, was er durchsetzen wollte, also die Finanzmittel, die anderen, die Sachleistungen, die Drittstaatenregelung. Man demonstriert Einigkeit bis hin zur CSU letztendlich. So sieht es aus. Die CSU hat ja vorher nochmal ziemlich ein bisschen rumkakehlt, aber im Grunde ist sie jetzt auch ganz leise. Und was sie bekommen hat, gut, die Sachleistungen, ich würde mal sagen, das ist erstmal eine ziemlich weiche Formulierung. Es steht da in der Vereinbarung so weit wie möglich. Und zum Zweiten ist das nicht so ein, finde ich, nicht so ein zentraler Punkt. Im Wesentlichen haben sich eigentlich CDU und SPD, finde ich, durchgesetzt. Und man spürt, dass die Große Koalition, wir werden es ja nachher sehen, für 10.30 Uhr haben, hat Kanzlerin Merkel und Herr Gabel haben zur gemeinsamen Pressekonferenz ins Kanzleramt eingeladen. Ich glaube, die Große Koalition wird das als ihr großes Thema, was auch ihre Arbeit als Große Koalition legitimiert, verkaufen. Es gibt einen anderen Aspekt, dass Deutschland im ausländischen Ansehen plötzlich sehr positiv dasteht. Setzt das indirekt andere Nationalstaaten unter Druck, sich ähnlich zu verhalten? Ja, wir sehen das ja in der Kommentierung zum Beispiel der britischen Zeitungen vom Wochenende. Da steht durchaus drin, dass die Deutschen moralisch sich da wesentlich besser verhalten. Ob die Regierungen der anderen Staaten und unbedingt deswegen dem deutschen Beispiel folgen, wage ich trotzdem zu bezweifeln, weil es natürlich innenpolitisch in den jeweiligen Ländern auch ziemliche Widerstände gibt. Insofern ist, glaube ich, der Versuch, auf EU-Ebene irgendeine Regelung zu finden, die halbwegs zumindest gerecht das Problem verteilt, ist die größte Herausforderung, vor der diese Regierung in den nächsten Wochen stehen wird. Also die Quotenregelung für die 28 Staaten, ja. Es gibt einen weiteren Aspekt. Geld ist wichtig, Willkommenskultur ist wichtig, aber Integration kann nur gelingen, wenn die Menschen Arbeit finden, wenn sie in den Kreislauf der Wirtschaft eingebunden werden können. Sehen Sie da große Chancen? Die Wirtschaft selber hat ja immer gesagt, sie begrüßt es eigentlich, weil wir Fachkräftemangel im Moment haben und weil wir eine alternde Gesellschaft sind und insofern den Zustrom von Jüngeren sehr gut brauchen können. Man muss aber natürlich sich auch ein Stück weit ehrlich machen. Es kommen nicht nur Ärzte und Apotheker, es kommen auch Analphabeten, es kommen auch nicht nur Menschen aus Syrien, es kommen auch viele aus Afrika, es kommen welche aus dem Westbalkan. Das will man jetzt über die Drittstaatenregelung etwas regulieren. Insofern glaube ich, es wird auf der einen Seite einen Bedarf am Arbeitsmarkt geben, aber es wird auch Menschen geben, es gibt auch Analphabeten, die schwer zu integrieren sind und da darf sich die Politik auch nichts in die Tasche lügen. Da wird es enorme Anstrengungen brauchen bei der Integration, bei Sprachkursen und das wird keine Sache von ein paar Wochen oder ein paar Monaten sein. Umstritten ist, ob man weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten ernennen soll, also Albanien, Kosovo, Mazedonien, wird das wirklich Entlastung bringen? Also zunächst mal glaube ich, dass es kommen wird. Wir haben ja eben bei Ihnen das Interview mit Simone Peter, der grünen Vorsitzenden, gesehen. Das fand ich bemerkenswert, weil Frau Peter nicht mehr klar gesagt hat, was in der Vergangenheit die Grünen immer gesagt haben, dass sie das nicht mitmachen würden im Bundesrat, sondern sie hat gesagt, man wird sich das sehr genau angucken. Der Herr Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist im Prinzip schon auf Linie sozusagen. Ich höre, dass auch andere Grüne in Regierungsbeteiligung in anderen Ländern mitmachen werden. Also das wird wahrscheinlich im Bundesrat durchkommen. Ich glaube, es wird zunächst mal nicht dazu führen, dass keinerlei Menschen aus dem Westbalkan mehr versuchen werden, hier hinzukommen. Aber erstens wird es sehr viel einfacher sein, wenn sie dann ihren Asylantrag, und das ist in 99 Prozent der Fällen so abgelehnt bekommen, sie abzuschieben. Und zweitens hat die Koalition, das finde ich eigentlich ganz charmant, ja einen zweiten Punkt beschlossen, nämlich dass es eine Art Mini-Einwanderungsgesetz für den Westbalkan gibt. Das heißt, wer hier einen Job nachweisen kann, der kann kommen. Man verweist also die Menschen aus dem Westbalkan auf das richtige System, denn sie haben eigentlich keinen Asylgrund. Und das, glaube ich, ist der richtige Weg. Es gibt eine zweite Oppositionspartei, und da hat Sarah Wagenknecht den Vereinigten Staaten die Schuld für die Flüchtlingsmisere zugewiesen. Wie verwerten Sie das? Ja, da ist schon sehr viel Ideologie da drin. Ich meine, die Linkspartei ist immer froh, wenn sie irgendeinen Grund gefunden hat, weshalb sie die USA anprangern kann. Es stimmt natürlich, wenn man irgendwie zurückgeht, dass die USA im Irak damals interveniert haben und dass das nicht sehr erfolgreich war und so. Aber wie weit wollen wir sozusagen diese Kette zurückverfolgen? Und ob man die IS hätte verhindern können, wenn die USA damals nicht eingeriffen hätten, das wage ich auch zu bezweifeln. Vor allem bringt es ja nicht weiter, jetzt irgendwie die Schuld zuzuweisen. Was natürlich stimmt, ist, dass die USA sich relativ wenig im Moment beteiligen an der Problemlösung. Ich glaube, es sind bislang nur 1500 Flüchtlinge aus Syrien in den USA aufgenommen worden. Das ist auch ein Teil dieser Solidarität zwischen den Staaten, die verstärkt werden muss. Immerhin hat Obama die Kanzlerin gelobt. Karl Döhmens, herzlichen Dank für die Interpretation aus der Sicht der Hauptstadt. Gerne. Wiederhören. Und wiederhören.